Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Project Let's Plays und einer weiteren Folge Sticks. Wir sind hier im Versteck letztes Mal eingekommen und wir behalten uns darauf vor, die Bibliothek zu suchen und die Baupläne dieser gigantischen Festung, damit wir das Herz des Goldharzbaumes rauben können. Aber jetzt rüsten wir uns erstmal aus hier. Das ist ein Bad Hideout, Oskan. Es fliegt mit nur genug Moistur, um mich zu verabschieden zu haben. Hmm, das könnte so strange sein, aber kannst du mir sagen, wie wir uns treffen? Du bist richtig, es ist so strange. Du hast wohl gesagt, dass du ein Schmerz zu den Noggin hast. Es ist Glück, dass wir uns treffen, speziell für dich. Du willst wissen was, und ich will ein paar Sachen zu retten. Du bist gut an stealin', ich bin gut an dealin'. Es gab nicht lange Zeit, um zu verstehen. Das ist wie es funktioniert, in den Bowels. Ja... Es kommt mir zurück, glaube ich. Ich denke... Aber was kann jemand wie du da machen? Ich weiß, es ist nichts von meinem Geschäft, richtig? Ich schaue ein Schmerz des Atriums. Ich kann nicht immer auf die Gelegenheit eines blindes altes Mann. Die Pläne, eh? In diesem Fall, ein meiner Mann, Ektor, ein Kopiist, könnte sein deinem Guide in diesem Labyrinth. Und wie kann ich ihn finden? Was ist das Name? Die Marks. Ich sage Ektor, und er wird ein paar für dich verlassen. Du musst einfach sie folgen. Entstanden? Und während wir auf das Thema, wie sicher ist das Weg aus dieser Tower? Wenn ich hier fertig bin, bin ich hier. Ich will nicht lange lange, als ich muss. Du willst, die Atriums zu verlassen? Du könntest auf einen Flugzeug, aber du musst noch wissen, wann einer ist zu verlassen. Es kann sein Monate bevor der Anruf ist, um einen zu senden. So? Wer gibt die Anruf? Ich weiß nicht. Es ist Papierwerk. Es ist irritant. Du verstehst? Ich liebe nicht die Augen. Aber ich weiß, dass alle Anruf auf die Anruf sind in der Transport Office. Du könntest eine Anruf für deine Pläne. Hm. Ich versuche es. Danke für die Info. Also, ich bin auf. Oh, wait. Wenn du mich möchtest, kannst du vielleicht noch etwas zurückkommen aus der Bibliothek? Geh auf. Ich habe gehört, dass eine Anruf an Alchemy auf die Anruf ist, da. Das Kindes Buch, so radical, dass es unter einem Schraub ist. Gut. Wenn ich es wieder zurückkriebe. Bis zum nächsten Mal. Eine letzte Sache. Das ist ein Schraub. Du bist der Ruf-und-Ready-Type, nicht? Wenn ich mich für mich für mich zu Eliminieren, würde ich es? Quietly? Without making waves? Du bist zu fragen, sehr. Wenn ich es tun, dann wäre es für mich. Ich verstehe. Ich verstehe vollständig, dass meine eternale Gratitude nicht zufrieden. Insofern. In den Docks, solltest du den Weg von einem Arbeitgeber genannt, God-Bird. Sicher, dass er ein kleines Erkrankung hat. Ich erinnere ihn nicht. Enough mit der Lebens-Story. Wir machen ein bisschen Business, das ist gut von mir. So lange, wie du bezahlt. Das Ding macht mich nur noch mehr Spaß irgendwie. Ich kann nur zwei Gegenstände von jedem Ding nehmen. Ja, alle. Ich habe 65 Fähigkeitspunkte. Aha, das wollte ich doch haben. Ah, ja. Das ist auch nicht schlecht. Gibt es da jetzt noch was Kleines? Heimlichkeit. 20 Punkte. Ja. Dein sechster Sinn animiert dich mit einem Geräusch, wenn dich ein Gegner außerhalb deines Sichtbares entdeckt, wo dein Armbrustschützer auf dich zielt. Klonen. Ah, du kannst sogar deine Klone verbessern. Gewandtheit. Mit der Leichtigkeit und Wendigkeit eines Goblins machst du weniger Lärm, wenn du auf dem Boden aufkommst. Das ist doch nicht schlecht. Ah, du kannst sogar ein bisschen erneut spielen. Das ist fucking interessant. Und dann fangen wir gerade mit der nächsten Mission an. Wir müssen in die Bibliothek ein paar Aufträge erledigen. Und dann können wir hoffentlich... Ja, wir möchten die Mission starten, natürlich. Kein schlechtes Spiel eigentlich. Also ich muss echt sagen, gut durchdacht. Ist gar nicht mal so buggy. Das liebe ich so an etwas älteren Spielen. So die vor den 2010ern, 2006er, 2008er Spiele. Die waren noch nicht so verbuggt. Guckt euch das mal an. Das ist doch schön. Das ist richtig schön. In anderen Spielen hättest du irgendwelche scheiß Bugs schon wieder. Irgendwelche Grafikfehler oder sonst irgend so ein Rotz. Das irgendwann mal per Patch nicht gedatet wird. Ja, eben. Guckt euch das mal an. Das ist doch grafisch völlig in Ordnung für ein 2004er Spiel. Richtig genial. Nee, ich kann ja nicht hochklettern. Kacke. Der hat sich ein bisschen verschluckt. Oh, ja. Shake it, baby. Oh, ja. Wir müssen in die Botschaft. Ich denk mal, ich geh auf die Mauer und da hoch, das ist gar nicht mal so schlecht. Geh ich einfach hier hoch, da rüber. Guck, ob da irgendwelche Affenköpfe da rum hereiern. Ja, da ist ein Bogenschütze. Du kriegst halt umso weniger Leute, die das glaub ich killt und umso weniger Leichen gefunden werden, kriegst du halt Bonis. Denk ich mir mal. Und diese Bonis erhöhen dann deine XP, deine, ja, XP, mit denen du dann schöne Sachen machen kannst, unter anderem. Mit denen du halt deine Fähigkeiten freischalten kannst. Gut, aber normalerweise, ja, es geht ja schon ums Killen hier drin, oder? Denk ich mir mal. So ein bisschen. Oh, schade. So kann er wiederum auch nicht springen. Mal gucken, wie der in dem Topf da drin aussieht. Da kann er sich da drin auch verstecken. Wupp. Ach, geil! Das Spiel ist schon fucking funny. Oh, 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 da lag was cooles rum. Loot. Oh, komm ich da rüber? Oh, ganz knapp. Oh, hat der das gesehen? Alter, wie geschmeidig da einfach auf seinen Füßen? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Warum steht da grad so ein behinderte, kack... Niggerritter, Alter, der sieht so fett aus, Alter. Kann ich natürlich als kleiner Gnom, kann ich den- Oh nein, ooooh! Darf ich schon wieder von vorne hier anfangen? Wie ist das denn, Alter? Speicherpoints ziemlich schlecht getriggert, ey. Ich mag das voll, Alter. Das ist voll genial, ey. Stirb leise. Nicht langsam, leise. Sack. Ich glaube, jetzt werde ich entdeckt. Ah, blickert. Oh nice. Mit dem Kopf auf dem Boden, Alter. Wie fies. Das tut ja weh. Gut, das war laut gekillt. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Ich muss wieder den gleichen Weg gehen, ne. Schade, 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 schade. Okay. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie... Ah, da gibt es keine Schnellspeicherfunktion. Du musst gewisse Points erreichen. Stache, schade, schade, schade. Okay. Um, du kannst weg und weg, schade ein Mal. Okay. Um, du kannst runter nicht vorherigen, Ui, Glück gehabt. Ich glaube, da muss ich schon fast. Ich glaube, da ist etwas da oben. Alles klar. Glück gehabt, Alter. Zu unsichtbar werden, ist schon nicht schlecht, würde ich mal so sagen. Ah, nein. Es gibt niemanden. Nichts zu informieren. Nein, 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 nein. Er wurde getötet. Alter, bin ich ein Arsch. Bin ich ein Arsch. Bin ich ein Arsch, Alter. Das haben die verdient. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ah, herzlichen Dank. Super. Kacke. Der. Da ist einer. Scheiße, Alter. Wieso packt der da nicht fest? Fucking seltsam. Nein! Also jetzt mal ganz ehrlich, die Speicherpunkte sind nochmal wirklich der letzte Fick auf diesem Planeten, ey. Also, das Spiel hat so schlechte Speicherpunkte. Speicherpunkte. Oh Mann, Alter. Schluck dich nicht, Alter. Schluck dich nicht, Alter. Schnell! Ich glaube, ich sehe etwas mehr. Aber was passiert da vorne? All right. Schnell. Ich bin nur auf dem Weg. Alarm! Alarm! Oh, shit! Grab it! Oh, shit! Storch! Hey, wait! Don't lose sight of it! Oh, shit! Es war da von Crane out now! Oh, shit! Ah! Sorry, I heard something! Kann halt mal passieren, dass da einer mal runterfliegt. Noo! Oh, oh, oh. Jetzt kommen auch noch beide, Alter. Habt ihr das gesehen, Alter? Diese Kombination, Alter. So, und jetzt? Botschaft zur Botschaft. Ja, der arbeitet da, die arme Sau. Oh fuck, ich hätte gedacht, das wäre ein West oder sowas. Oh, nö. Och, nö. Wieder von Anfang, oh, komm, lutsch mir doch den, lutsch mir doch ganz gehörig den Sack, Alter. Die Messer sind lustig. Der guckt auch gar nicht. Irgendwie, ich glaube, der ist ein bisschen verpackt. Scheide, dass wir da nicht hochkommen, ey. Ach, nö, kacke, ey. Merk mich am Arsch, wie lang wirk ich da jetzt schon rum? Ich hoffe doch, keine 20 Minuten wirklich jetzt an der einen Folge, also an dem einen kleinen Part da rum, oder? Der ist ja assi, ey. How many parts I could verkacken? Verkackt dieses scheiß Ding, ey. Ich muss nämlich gleich die Folge beenden, das heißt, ich versuche jetzt da ein bisschen durchzukommen und dann ist gut. Oh, das Würgen dauert auch viel zu lang, ey. Oh, ist das ein Scheiß. Was heißt ein Scheiß? Ich bin halt einfach ein bisschen zu übermütig. Die Mocke wie bei einem Hai, ey. Ich töten geht leichter. Oh, fuck. Ist halt schon schade, dass du das irgendwie auch nicht speichern kannst. Weil das wäre schon richtig geil. Wenn du einfach die Kacke schon mal speichern könntest. Das ist schon kompliziert genug, okay. Oh, Mann. Mach hinne. Lauf, du Sau. No, 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 no. Die sind schon richtig blöd, Alter. Natürlich ist das schlecht für meinen Boni, aber... Jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir erstmal da hin, ey. Nein! Ich beende jetzt hier mit die Folge und ich hoffe, sie hat euch gefallen, diese Chaos-Folge. Also irgendwie, ja, schon ein bisschen knackig, ey. Vor allen Dingen halt auch ein bisschen steuerungslastig. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Freunde. Wie gesagt, alte Laia. Gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!